In diesem Video geht es um die besten Kinderwägen. Der Qualitätssieger in unserem Kinderwagen-Test geht an den Kinderkraft MOVE. MOVE 3 in 1 ist ein Kombi-Kinderwagen mit einem 2 in 1 Sitz. Im Set ist auch der Mink-Kindersitz enthalten, der auch als Baby-Trage verwendet werden kann. Er hat eine zusätzliche Einlage für Säuglinge, einen 3-Punkt-Sicherheitsgurt, einen in drei Stufen verstellbaren Elterngriff und ein Sonnendach. Der Stahlrahmen ist sehr beständig und stabil. Der Kinderwagen hat zudem einen herausnehmbaren Korb mit einer Tragkraft von bis zu 4 kg. Alle vier aufgepumpten Gummireifen des Kinderwagens haben eine Federung und gewähren Komfort beim Fahren auf unebenem Boden. Die Vorderreifen mit einem Durchmesser von 20 cm sind um 360 Grad schwenkbar und können festgestellt werden, um gerade auszufahren. An den Hinterreifen mit einem Durchmesser von 30 cm befindet sich in der Mitte der Achse die Stoppenreitbremse, bedient wird. Sie kann auch in leichten Schuhen, wie Absatzschuhe oder Sandalen bedient werden. Der Buggy ist ideal für jeden Spaziergang. Die Rückenlehne hat eine dreistufige Verstellung in eine liegende Position. Sie kann mit einer Hand angepasst werden. Zusammen mit der Fußstütze gewährt sie einen bequemen Platz zum Fahren und Schlafen. Für die Sicherheit ist der 5-Punkt-Gurt mit weichen Polstern, die leicht gereinigt werden können, zuständig. Der von beiden Seiten abnehmbare Schutzbügel ist mit Kunstleder überzogen und kann gedreht werden um 360 Grad. Sie müssen ihn also nicht mehr komplett abnehmen, um ihr Kind in den Kinderwagen zu setzen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Kesser Loops 3 in 1. Ab der Geburt bis ins Kleinkindalter alles dabei. Der 3 in 1 Kinderwagen mit einer großen Auswahl an Zubehör ermöglicht dir die ideale Mobilität ab der Geburt deines Kindes. Der Kinderwagen liegt dein Baby komfortabel. Die Rückenlehne der Babywanne und des Sportsitzes sind stufenlos verstellbar. Das Sonnenverdeck ist vierfach verstellbar, abnehmbar und waschbar. Die enthaltene Babydecke in passender Farbe wird mit einem Reißverschluss befestigt und ist ist waschbar. Sobald ihr Kind selbstständig sitzen kann, ist die Buggy-Einstellung der perfekte Begleiter. Mit nur wenigen Handgriffen bauen sie den Kinderwagen zum Buggy um. Bei der Sitz- bzw. Liegeposition können sie dabei zwischen drei Positionen wählen. Durch das Klick-System wird die Babyschale ganz einfach auf das Gestell montieren. Es wird kein separater Adapter benötigt. Der Sonnenschutz ist sowohl verstellbar als auch abnehmbar und waschbar. Die mitgelieferte Baby-Autoschale kann als Autositz verwendet werden oder als Aufsatz für den Kinderwagen, so sind sie noch flexibler. Ein praktischer Korb zum Verstauen von Einkäufen und so weiter zusätzlich befindet sich an der Rückseite des Buggy's eine Tasche mit Fächern. An der Seite befindet sich ein Getränkehalter. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kinderwagen-Test ist der Haugshop N-Drive. Mit dem ultraleichten Kinderwagen-Kombi eroberst du sowohl die Stadt, als auch das Land und sind flexibel von Geburt an bis spät ins Kindergartenalter. Denn die 2-in-1-Babywanne können sie einfach in einen wendbaren Sportsitz umbauen und dadurch noch lange Zeit weiter nutzen. Für den Transport faltest du den Pacific 4 schnell und kompakt zusammen, sodass er in ihr Auto passt. Am Ziel angekommen, klappst du den Sportwagen einfach wieder auf und stellst die Räder entweder fest oder lässt sie schwenken je nach Untergrund. Während der Autofahrt sorgt die enthaltene Baby-Liege-Schale Zero Plus für optimale Sicherheit. Sie verfügt über einen patentierten Seitenaufprallschutz sowie über einen gepolsterten 3-Punkt-Gurt. Um kurz mal einen Einkauf zu erledigen, können sie die Baby-Schale auch auf dem Fahrgestell befestigen. Damit sich ihr Baby nicht nur in der Babywanne wohlfühlt, können sie die kuschelige Einlage und die Wannenabdeckung später auch zum praktischen Fußsack kombinieren. Der komplette Sitz mit sicherem 5-Punkt-Gurt und Vorderbügel lässt sich außerdem in eine komfortable Liegeposition neigen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.